danke das war sehr originell normalerweise sagen die leute immer das passwort ist geheim und dann fragen sich immer alle aber das passwort ist halt geheim der charakter ist eindeutig eine frau bevor ihr euch da überlegt ob das auch nur ein mann sein könnte ich hab mein lieblingsregler gefunden tippen können wir es ab 18 eingestellt darf ich tippen sagen ja aber er hatte trotzdem nichts in der hose gerade bei knuggel ja der hat operation fast gestartet ich bin der rote spieler knuggel was ich wollte heidi sein ich bin die fette heidi also ich schwebe in der stadt schon mal also irgendwie mag ich die frisur ja ne ich nehme die hier eine tiefer ist die explosions für so gewesen ja hier habe ich gesehen leckt das ein bisschen was leckt das spiel warum weiß ich nicht bei dir oder im stream bei mir wir müssen abwarten weil ich muss hier erstmal reinkommen weil ich den text nicht verstanden habe ja knubbel ist neben sich total zugeströnt pummel erner auf crack genau rummel erner auf crack genau da waren deine eltern geschwister oder wie sieht deine figur aus Ich bin ein Vampir! Oh, du bist der Scheu! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Du willst? Ja! Ich bin ein Vampir! Ich bin ein Vampir! Ich bin ein Vampir! Echt? Ich freu mich ja wenn der Erste hier neben mir auftaucht. Ein paar Frauen mit Werte kannst du auch im Video gucken, wo Tobi und Broncos gespielt haben. Ne, ich will das gar nicht. Oh Gott, hier ist so ein 3 Tage Bart. Die Stoppeln sieht man nicht so doll. Okay. Bin ich schüchtern? Ähm, ich bin das Einzige, das bin ich. Innocent. Was auch immer das heißt, aber es hat mir gefallen wie sie da stehen. Sag mal, wer ist denn die Gothic Schlampe mit meiner Frisur? Oh, was mag ich denn? Was denn? Was denn? Oh, Knobbel war besser als ich, er hat Fleisch ausgewählt. Ich hab's nur eins aussuchen. Was? Ist das schlimm? Ja, ich bin auf jeden Fall auch ein Sommerkind. Ja. Knobbel ist auch ein Sommerkind. Offensichtlich ist Knobbel erster Sommer. Ich hab jetzt, ich bin ja ein Vampir, also hab ich auf jeden Fall einen Herbstgeburtstag so nah an Halloween wie es möglich ist. Also ich kann auch in ne andere Stadt gehen anscheinend. Ja, aber was bringt das? Moment. Boofy als Hauptregel. Wie cute. An die Top-Karte. So und ich mag was, Sushi. Hmmmm. Ich wurde geboren zur ersten Frühlingsblüte. Am Tage, als der Regen das erste Mal vier, wunderschönen Frühling und die ersten Knosse. Ach, hei je. Hätte ich gewusst, dass es so romantisch ist, hätte ich Winter genommen. Ei, dieser Ei, da ist er. Ei. Ja. Ei. So, wo ist er? Da ist er! Pummel Erna! Hallo, hier! Hallo. Du siehst ja viel zu nett aus. Wieso siehst du immer hübsch aus? Du machst immer nur hübsche Charaktere. Ja. Knubbel sieht aus wie die nette Tante oder so. Komm mal! Prinzess ist auch in the house. Ja, in pink. Gab's da keine Krone? Ich hab die Penisfrisur. Stimmt. Ihr könnt es nicht leugnen. So, hat irgendjemand gelesen, was da am Anfang für den Text kommt? Ne, ich hab das jetzt übersprungen. Wir sind alle um so hoch. Oh! Passiert nichts weiter. Es ist Text. Wenn da jemand, niemand diesen Text liest, sind wir schon durch. Ich glaube, wir hören auf, im Müll zu wühlen. Wir haben noch nicht mal eine Farm. Ist mir egal, nehme ich alles an. Und die verschwinden, wenn du die annimmst. Jetzt haben wir gar keine Chance, auch was zu nehmen. Was? Was ist da los? Ach, da kommen neue. Okay, ich lese jetzt. Bist du YOLO? Markus YOLO? Oh. Hm. Hm. Ja. Was denn? Ich hab gehört, du weißt schon, wie das mit dem Farm funktioniert. Also kannst du jetzt sofort starten. Echt, ja? Das sagtest du dir? Oh, doch. Ah, wenn wir hier verbrochen können, wir in die Bibliothek gehen. Ja? Zu Julian? Ja. Okay, aber Knubbel hat gerade irgendjemanden da. Hast du meine Familie verraten? Äh, das war, ähm, ne, also guck mal. Wer könnte schuldiger aussehen als Penisköpfchen? Hast du meine Familie? Hallo. Absolut süß. Hast du meine Familie verraten? Vielleicht. Wo ist denn die Bibliothek? Ich weiß nicht, hier ist eine Cocktailbar. Ich will dich noch mehr für... Hier vielleicht. Hallo. Hallo Julian. Hör sich sehr gemerkt, wie es in dem Spiel. Hidjo, was? Falsch. Da ist ein Krankenhaus. Krankenhaus? Wir kriegen es auch ohne Julian hin, der Mann ist alt. Ich glaube, ich hab die Bibliothek gefunden. Ich hab die Bibliothek. Oh, ah! Wo ist die Prinzessin? Ey, ich hab doch gesagt, ich bin der rote Spieler. Wir sollten jetzt auch die rote Hose an. Ach so. Oh. Ja. Wo ist die Prinzessin? Wo ist die Prinzessin? Ich hab doch gesagt, ich bin der rote Spieler. Da, ich bin raus. Oh. Du bist voll gegen sie war. Hör auf zu schubsen jetzt. Das ist ein Krankenhaus. Da ist doch die... Da... Hallo, da ist ein Kreuz, das ist die Kirche. Hallo. Nein, das ist ein Krankenhaus. Die Kirche ist da hinten. Oh, wo? Okay. Wie können wir jetzt lesen, ja? Farming. Was soll ich denn lesen? So was mit Tieren. Oh, Geologie. Hat seine Farm jemand überhaupt schon gefunden? Äh. Aber es gibt eine Karte. Wüsste hier nicht irgendjemand sein, der uns etwas drüber sagt? Und es gibt eine Weltkarte. Brown Farming-Dingsbums. Hallo, Harsha. Oh Gott, jeder scheint nachher. Oh. You are new. My name is Harsha and I work at the Public Library. Ach so. Hier ist eine Farm. Das ist jetzt meine. Wer hast du denn jetzt genommen? Den im Norden. Watt, ihr klaut schon Farmen? Ich bin nicht so sicher. Ich lauf jetzt mal zu der anderen Farm und guck mal was passiert. Welcher gehst du jetzt? Ich geh jetzt zu der, äh, zu der da. Okay, ich hab nur ein bisschen Ankündigung zu machen. Bleibt mal bitte stehen. Okay. Also eure Charaktere. Nee. Und dreht euch auf die Seite. Jetzt muss ich nur auf die Seite. Einfach ein bisschen drehen mit, äh, mit A und D. Ja. Und dann, wenn ihr in eine Richtung wollt, druckt mal Q und E. Ja, Q oder E. Ja. 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 Komm. Wir machen Rudi Odents. Äh, Knubbe ist eh bei mir. Knubbe hat meine Farm geklaut. Okay. Ich hab noch gar nichts geklaut. Okay, wir müssen eine Axt herum, um einen Baum zu fällen, Leute. Also das scheint keine Farm zu sein, sondern nur ein Sammelplatz. Hier kann man ja nix anklicken, außer Baum fällen. Ja. Also es gibt hier auch ne ganze Welt irgendwie, ne? Ich guck mal in die Mülleimer. So. Was bin ich denn jetzt raus? Hä? Open. Toll. Okay. Ist das jetzt meine Farm hier? Was? Ich hab keine Ahnung. Hier ist auch so ne Gebäude, in so nem Dings da. So ein eingezäumtes Ding. Ja. Aber müsst ihr nicht erstmal irgendwie jemanden treffen, der sagt, wir können das auch haben oder so? Ich weiß nicht. Dann frag mal den schüchternen Jungen an. Oh, er ist noch schüchtern als ich. Ich bin wieder raus hier. Oh, schön. Das wird doch immer später. Weil wir werden einfach verhungern. Oh, oh. Da unten ne Weinsleiste oder sowas, was soll ich denn schärfen? Ich hab nen Public Grill gefunden. Sehr gut. Knobelklotten, okay, da. Oh. Oh, ich hab das Haus hier nicht getreten. Ich bin nicht in den Wunder. Oh, ich hab ja schon was im Inventar. Oh, genau. Ich hab Alex. Hallo Alex. Hintest du bitte mit mir? Howdy. Oh, ich hab das Haus hier nicht getreten. Okay, Leute. Über I gibt's Inventory. Ich lese in der Bibliothek. Ich wünsche mir. Ich muss der neue Fahrer sein hier, offensichtlich. Aber warum sagt mir denn niemand, was ich tun soll? Ah, das bleibt mir bitte. Ich bin verloren. Oh, ich auf den Krall. Leute. 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 Drückt mal. I. I, genau. Da, da haben wir Dinge. Da haben wir einen Property-Dingspunkt. Damit können wir bestimmt zum Dance-Play sozusagen. Ja, wir müssen zum Major. Steht da drin. Also wenn man auf die, wenn man auf die Sachen drauf klickt, dann kommt da so ein Info-Button. Und dann sagt der einem, was das Item kann. Ja, ich glaub ich hab das Rathaus schon gesehen. Gerade dabei. Bei einem Rathaus. Da, wo das schwarze Brett ist. Aber das Rathaus hat schon zu. Heute machen wir wohl keine Farben mehr auf. Ja. Hm. Wir können Verstecken spielen. Ich finde keiner. Und Tim steht hier in der Tür und kommt und hier rein. Mach die Tür auf. Ich hab mir schon wieder gefahren. Was? Die Bar hat auch zu. Verdammt. Ich glaub wir müssen im Krankenhaus übernachten. Ich kann mir auch ein bisschen Randalin am Zutzi für die Feier aufnehmen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ich hör schon mal die Hacke raus. Ich seh Knubbel dann zwischen den Häusern durch die Nacht laufen. Ich trag dir auch den ganzen Brunnen mit da schon. Also Krankenhaus ist nicht, ist zu. Was? Ich seh nur wie Knubbel die Hacke wieder rausholt. Tierarzt ist auch zu. Wir haben verloren. Da steht ich immer vor der Tür. Hallo Julian, kann ich nochmal mit dir reden? Aus dem Weg, Tim. Ach Tim, Tim kommt auch nicht mehr rein. Keiner kommt mehr rein. Oh, irgendwas ruckelt gerade. Da sind ganz schön viele Leute noch unterwegs, ne? Das ist nach dem Grüt hier im Dorf. So. So, ich hab meine Fahnen geklenkt. Was? Ja. Wie das denn? Ich war beim Bürgermeister, der steht hier auf dem Platz. Der ist schon wieder auf bis dahin vorbeigelaufen. Welcher ist es denn? Und dann sagt er uns das nicht. Julian, ist erst mal der Bürgermeister? Ja. Alter Mann, was mach ich jetzt mit ihm? Also, ich hab jetzt gesagt, dass ich mein Land, also das dritte irgendwie in Anspruch nehmen will. Ja, I like to buy some land. So, und meins hieß River. Und dann gibt es noch eins, was Town heißt und eins, was Field heißt. Und mehr gibt's nicht. Das ist Nummer 4 hat Pech. Vielleicht gibt's ja auch jeden Tag neue. Und wieviel nimmt man den Scheiß jetzt? Ähm, wo deine Farm ist, siehst du auf der Karte. So. Ja, woher meinst du jetzt so meine Farm ist? Welch hat's dann genommen? Field irgendwas. Field ist, wie unten in der Ecke hier. Unten links, unten rechts. Zwischen dem Farm-Shop und dem Animal-Shop. Ha, ich hab mir die Lager gesichert. Ich glaube auch. Könnt euch nicht davor drücken, nicht gesund zu sein. So, jetzt ist die Frage, das Ding ist für 64 Spieler. Es kann nicht nur drei Farmen geben. Nee, also im Wohoo Beach gibt's ja auch noch Farmen. Ja, aber auch nur zwei kleine, wenn du dir die Map anguckst. Da ist nämlich die Beach-Farm und die Hill-Farm. Da gibt's noch die Jungle-Farm. Stimmt. Aber es sind auch nicht genug. Einer muss ausziehen aus Pumpkin Vale. Das ist doch total dämlich. Also vor allen Dingen, wie gesagt, das spielt's eigentlich für 64 Leute. Also haben wir jetzt alle geclaimt? Was hast du denn geclaimt? Ich hab Field geclaimt. Nee, ich hab Field geclaimt. Ja, siehste. Dann haben wir ja irgendwas doppelt. Lass mal gucken, ob man da zusammenarbeiten kann. Oh, da ist jetzt ein Haus auf meiner Farm. Ja auch. Warte mal. Dann muss ich ja nach unten, ne? Ja, das ist ganz unten. Äh, äh. Hatschi Doge. Ja. Stocken Duser in der Bude. Hätt ein Bett in der Tasche. Was hab ich noch? Äh, ich sehe nur nicht, wie gut ich es erziele, ehrlich gesagt. Hast du mal rausgefunden, wie man das drehen kann? Nee. Doch, da steht auch was. Raft. Raft and light. So. Ist es bei dir so hell? Äh. Mal hier grad die Sonne aufgeht. So. Es ist 9 Uhr morgens, ne? Bei mir. Nee. Nur im Haus ist es hell. Draußen ist es nicht so hell. Äh. Vielleicht ist das aus dem Stein. Aber ich hab doch grad das hier unten geklenkt. Da steht jetzt auch nur ein Haus, ne? Ja. Ist denn das irgendwo, wem das gehört? Nee, bestimmt nicht. Und ich guck grad bei mir, ob hier irgendwo steht, dass es meine Farm ist. Wo? Ja, genau. Das frage ich mich auch gerade. Wie kann man das dann rausfinden? Kannst du was platzieren da drin? Ja. Wir beide offensichtlich. Wir kommen. Wir kommen. Dann sind wir jetzt ein lesbisches Ehepaar. Alles klar. Ich habe Kräuter gefunden. Verdammt. Wie dreht man das? Ich weiß es nicht. Mit L und R. L und R. Ja. Also quasi links und rechts. So, ist schon Potato Seed Zeit? Ich habe ein Schreien gefunden. Ach du meine Wille. Ich werde verlassen und zu den Orten hinlaufen. Ich dachte ihr seid ein lesbisches Ehepaar. Wollen wir uns jetzt mal hinlegen? Ist ja schon mitten in der Nacht so. Ähm. Was denn? Na ja. Ich weiß nicht ob du siehst, aber ich bin nicht in der Stadt. Da steht, Time will skip to 6 am, when all players are in bed. Ich geh jetzt mal hin. Oh, lieg ich bei dir im Bett? Nein. Bei mir steh ich immer noch davor. Ich kann mir draußen kein Bett passieren. Ja. Leider. Was denn das für ein Kackspiel hier? Voll kein Porno. Oh. Hier ist unser Badezimmer, Prinzessin. Ich muss erst mal wieder irgendwie alles, aber nicht... Au. Ja. Au. Der wohnt. Nevermind. Ah okay, wir haben schon eine watering can. So. Ich dachte wir müssen Kartoffeln pflanzen. Ich habe fertig gepflanzt. Wo wollen wir denn unser Kartoffelfeld anlegen? Hier. Ja. Okay. So. Es ist so viel, doppelt so viel Kartoffeln wie der Anne. Ja. Plus das hätte ich schon noch war. Noch nicht geclaimed? Nee. Ich dachte es gibt nur drei und ich dachte als Prinzessin geclaimed hat, wollte ich nicht knubeln. Nö. Denk wegnehmen, weil ich dachte, er hat noch nicht geclaimed. Ja. Dann bin ich losgelaufen. Mal die Welt zu erkunden. Und wenn du die Weltkarte aufmachst, bin ich fast da hinten bei, ja, am Arsch der Welt. Also man kann die Stadt einfach verlassen. Ja, ja. Ich war auch schon unterwegs hier. Man kann auch zu Varu Beach gehen. Varu genau, ich bin mir nicht Stadion-Welt. Nö. Wir können in Notfalls den Knubbel machen. Wenn wir vor 19 Uhr aufhören, können wir uns auch wieder zurückgeben. Hä? Die Karte hört die einfach auf, obwohl es ja auch... Also... Oh. Die Karte sagt, es geht hier richtig weit weiter. Ja. Ja, das Spiel ist Early Access. Weißt du? Es ist auch noch nicht besonders alt. Also wahrscheinlich... Ähm... Gibt es das alles noch gar nicht so. Weil da kommt auch noch eine Insel laut dem Dings, ne? Und... Also... Das Gefühl hier kommt noch viel, viel mehr. Nein, die Katze einfach nur schalten. Ich hab ja konisch, Leute. Wenn jemand Ton braucht, ich bin... Toll! Du müsstest dann aber mal zurückkommen, weil wir ja sonst alle nicht ins Bett können. Kevin? Kevin? Ja? Ja? Ja, alle anderen können... Sag mal... Sag mal Blut, kannst du jetzt... Kannst du jetzt bei... Bei Angel in die Hütte dein Bett stellen? Einfach so? Ohne zu claimen? Sodass quasi... Jeder Spieler beliebig ins Spiel kommen kann und einfach bei einer anderen Farm mitarbeitet? Wäre ja ein bisschen kacke. Also Knubbel, ich muss ja sagen, wir haben es nicht geschafft, dass das irgendwie vernünftig aussieht bei uns, ne? Es ist aber auch ein bisschen hakelig. Ich habe immerhin ein L gebaut. Das stimmt. Also... Das sind... Das werden L-förmige Kartoffeln. Vor allem haben wir so viele Felder, die gar nicht belegt sind. Wir haben noch nicht genug Saat. Ja. Und das... Das ist ja... Dann fragst du siew, das ist echt. Hallo? Wie baut man denn jetzt hier ne Axt oder irgendwas? Keine Ahnung... Something ist tutorialmatik nicht so gut dabei. Wollte doch kein Home., he? Oh, du hast Recht. Wie heißt dein Charakter, Angel? Angel. Aber ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ja, wenn man es falsch hält, auf jeden Fall ist. Es ist Viertel vor drei morgens. Ich kann jetzt schlafen. Wie kannst du denn schlafen gehen? Gar nicht. Ich geh einfach raus und wieder rein, dann komm ich ja wieder in die Stadt an. Ach so. Nein, also ich habe schon durch die Let's Plays, die ich gesehen habe, gesehen, dass es ein Cheat ist, wenn du um 5.45 Uhr ins Bett gehst, steht er um 6 Uhr mit voller Energie wieder auf. Oh, unsere Kartoffeln. Ist schon was passiert? Ja. Geile Scheiße. Aber nicht erntebereit hier, hm? Wir müssen die wieder gießen. Das besteht ja auch den ganzen Tag nur aus Gießen, oder? Der gießt kann es, ja. So, auf zum Farmshop. Nee, es ist 6 Uhr morgens, ne? Da macht er erst um 8 Uhr auf. Hey, bud. Nicht so lange laufen bis zum Farmshop. Okay. Der Trump hält uns Getreide. Und ich habe nur 5 Kartoffeln, die ich gießen musste. So. So. Ich gucke noch ein bisschen Zimt nicht. Komm schon. Mal sehen, auch in die richtige Richtung. Wow. Ja. Ja, da, irgendwo. Wohnen, meine Freunde. So ein sehr kruppiges Kartoffelfeld-Beruuter. Was ist das? Oh, man kann sch... Man kann hier nichts klauen. Hier ist Knubbel. Ich habe ihn gesehen. Warum geht nicht die Künch auf? Knubbel! Ja. Nee, der macht erst um 8 Uhr auf. Ich habe mich reingemogelt. Okay, ich kann Saat kaufen. Macadamia-Tree. Was ist denn da drin? Ich bin dem... Der ist reingegangen und ich bin dem hinterhergelaufen. Du bist so ein guter Kunde um 6 Uhr morgens machen. Du kommst gerade an den Ladschirm, der Kunde kommt rein. Das hat noch keiner auf. Wir sind doch gerade reingegangen. Wie lustig. Jetzt steht ihr halt echt vor dieser Tür, ne? Und du bist schon drin. Mich nervt ein bisschen, dass man die Kamera nicht drehen kann. Doch, drück da rechter Maustaste. Nee, da dreht sich dein Männchen ja trotzdem. Echt? Wer sich ins Gesicht guckt. Ja, ich wollte mir angucken, wie ich neben Vampirella hier stehe. You have recruited something in the mail. Oh, die Tür ist offen. Lass mich rein. Ich habe euch von drinnen aufgesperrt. Was verkaufst du denn, Sebastian? Natürlich bin ich ein Farmer. Saat. Er verkauft Saat. Was ist das? Ich bin hier hier. Muss verboten sein. Buy and sell. Was hast du jetzt gekauft, Knobel? Ich habe jetzt das günstigste gekauft. Diese grünen Saaten. Zehn Stück. Für ein Gold das Stück. Weil wir haben ja nur 50 Gold. Ach, das gibt es ja alles in den teuersten Samen. Und du brauchst das nicht verrückt? Ja, das pflanzen und verkaufen. Mal hier. Ich suche jetzt aber eigentlich gerade irgendwie so einen Händler, der eine Achse oder so verkauft. Weil ich glaube nicht, dass man die bauen muss. Ich glaube, ich habe irgendwas von Crafting gelegt. Okay. Ich glaube, ich komme nicht mehr zurück. Ich bin hier in einem Fake-Wasserfall gefangen, der nicht wirklich existiert, aber die Stromung ist da. Und gewinnen kann ich mich auch nicht mehr. Aus. Neu einloggen. Nee, dann komme ich an dieselbe Stelle wieder. Weißt du, man lässt sich zwei Sekunden alleine und du breakst schon wieder alles hier. Ich gehe mal zum Blacksmith. Wie schwer kann es sein, Samen zu pflanzen, verdammt. Blumen nennt sich keine Kinder. Von wessen Kinder? Ein Blumenkind. Wo laufe ich denn gerade hin? Weiß ich nicht. Wo bin ich denn hier? Ach, da. Auch das weiß ich nicht. Ich werde jetzt meine Hacke schwingen und ordentlich mal hier hacken. Lock dich neu ein, Blut. Hier, irgendwie ein bisschen... Muss man echt die Figur immer... hopsen lassen hier so? Hallo, neue Freund. Dann du brauchstcribe Tools, auch. Okay. Talk to Jeffe when you are ready to learn. Ich bin ready. Wird nicht weglaufen. Ah, was gibt es denn hier alles? Iron Brush. Oh, Angel. Eine Angel. Oh, die kostet 100 Gold. Ich habe nicht mal alle. Pickaxe. 400 Gold. Das ist alles scheiße teuer. Ich glaube, wir müssen erst ein paar Sachen verkaufen. Ich arbeite schon an der Bepflanzung. Sehr gut. Sklave. Ja, Meister. Ich bin umgefallen. Ich war zu beschäftigt. Das sagt es einem aber auch nicht. Darin ist das so eine Anzeige. Ja, guck ich da drauf? Wer weiß. Wenn ich das Jahr trinke oder sowas, dann werde ich gestern. Was lernen wir da raus? Weil das niemals die Stadt. Verlass mich alleine wieder auf Bullshit, komm raus, die Stadt. Was heißt denn, auch wenn jetzt niemand hier wäre, könnte ich ja nichts machen. Das wäre ich daran schuld. Ich glaube, es ist 11 Uhr vormittags. Und ich bin schon einmal tot. Ja. Oh, Tiere kaufen kostet auch sehr viel Geld. Ich laufe jetzt auch mit meinem Mini-Strich-Energie jetzt hier durch die Gegend. Schon wieder aufgestanden? Oh, ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Oh, guck mal, die Tiere haben Namen. Hier ist Mike, das Schaf. Das kann ich knuddeln. Was, das Knodeln? Ja. Und Nancy, das Huhn. Da steigen Herzchen auf, wenn er da knuddelt. Oh, und Ellie, die Kuh. Irgendwann, irgendwann komme ich in die Freiheit. Oh, jetzt hör auf, so zu schnell, da setzt er schon wieder keine Energie mehr. Also, ich ist hier in der Cocktailbar. Warum kann ich hier nicht reingehen? Hallo? Ich habe noch 20 Gold. Lass mich saufen. Was? Saufen? El Toro. Wer ist El Toro? Hallo, El Toro. Okay. Ah, ja. Okay, El Toro ist offensichtlich ein verrückter Mann. Was ist hier? Hallo? Oh, es gibt ein Schmuckhändler. Warum weinst du die ganze Zeit, Prinzessin? Ich weine... Ich habe meine Pushto-Talk-Taste drückt. Brauchst du nicht. Darf ich weine, weil ich so erschöpft bin? Ich weine wirklich, dass du nicht die Tränen? Ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht alle schlafen gehe. Das heißt, solange du da gestackt bist, gehen wir sowieso nicht schlafen. Ich weine, was kommt nicht zu mir. Ich habe festgestellt, egal wie ich rejoine, ich komme immer zu diesem Charakter, ne? Besser was ist tot für mich. Mein Charakter weint übelnds auch. Bei dir ist ja auch quasi die Energie nicht mehr vorhanden. Hier. Ihr weint bestimmt bei euren Verlustzellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.